Dieses Video könnte euch überraschen. Der Grönlandhai ist ein wahrer Riese der Tiefsee, der ein erstaunliches Geheimnis in sich trägt. Er kann über 400 Jahre alt werden. Ja, richtig gehört. Diese Haie gleiten durch die eisigen dunklen Gewässer des Nordatlantiks und haben möglicherweise die Geburt von Nationen, den Aufstieg und Fall von Imperien und unzählige menschliche Generationen in ihrem langen Leben erlebt. Ihre unglaubliche Langlebigkeit ist nicht nur eine biologische Kuriosität, sondern ein wissenschaftliches Rätsel, das Forscher weltweit in Staunen versetzt. Wie schaffen es diese Haie, so lange zu leben? Könnte ihre DNA den Schlüssel zur Verlängerung des menschlichen Lebens enthalten? Grönlandhaie scheinen die Zeit selbst zu überlisten und dienen als lebendes Fenster in die Vergangenheit der Erde. Ihre langsamen geisterhaften Bewegungen durch die Tiefsee könnten ein Hinweis auf ihr langes Leben sein, aber es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Die Erforschung dieser uralten Geschöpfe könnte nicht nur die Geheimnisse der Tiefsee enthüllen, sondern auch unser Verständnis der Grenzen des Lebens selbst verändern und wie wir diese Grenzen weiter hinausschieben können. Bleibt neugierig Naturfreunde und bis zum nächsten Video.